Warte, das darfst du nicht verpassen. Ich bin so aufgeregt, dass meine zweite Failbox kam an. Und glaub mir, schaut das Video bis zum Ende, es wird sich lohnen. Aber genug Quatsch, ich will wissen, was halt lohnt es. Los, zeig schon. Oh mein Gott, sind das viele Sachen. Na dann bin ich immer gespannt, was da alles drin ist. Würstchen Leute, ich glaub's ja nicht. Meine Würstchen. Die muss ich gleich mal von meinen Hausmenschen verstecken. Die werden hinten. Ist ja gut, okay, okay. Aber Hausmensch, du musst mir helfen. Dann zeig uns mal, was da so schönes drin ist. Als erstes haben wir das hier. Kenne ich noch nicht, wird aber getestet. Snacks von Mera. Sogar mit Lentgeschmack. Die mag ich am liebsten. Vielen Dank. Dann haben wir noch Schmackis von The Good Stuff. Die kenn ich noch nicht. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Und natürlich sind da auch Spielzeuge bei. Guckt euch mal den süßen Anker hier an. Oh, ich bin gespannt. Und Leberwurst darf natürlich auch nicht fehlen. Perfekt zum Turnieren. Als nächstes haben wir vieles Trockenfutter. Das sieht so aus. Das Nassfutter kenn ich schon. Wie wird das wohl schmecken? Die können wir dann gleich in diesen Snackbrall tun, als ob die Gedanken lesen können. Das ist ja mega. Dankeschön. Aber weiter im Programm. Was haben wir noch? Natürlich. Mera. Trockenfutter. Wuhu. Und ein weiteres Spielzeug darf auch nicht fehlen. Seile finde ich perfekt. Und wow, was ist das denn? Eine Leine. Die Farbe ist ja cool. Das testen wir mal aus. Und ein Bär. Oh mein Gott, dieser Bär ist so flauschig. Ich hasse auch alles. Ich freue mich so unfassbar doll. Vielen lieben Dank Team Failbox. Das ist eine super Box gewesen. Und wenn du auch eine Failbox haben willst, dann benutze einfach meinen Rabattcode. Damit erhältst du 10 Euro Rabatt auf deine erste Failbox. Also, los geht's.